hallo meine lieben eine kurzbotschaft für dich die sechs der kelche etwas oder jemand aus deiner vergangenheit aus vergangenen zeiten wird auf dich zu kommen wird zu dir zurückkommen wird zu dir zurückkehren kann eine situation sein aus der vergangenheit kann aber auch ein mensch sein zum beispiel ein ex oder eine person mit der du schon sehr lange nichts mehr zu tun gehabt hast oder nichts mehr von einem menschen gehört hast ja diese person kommt zu dir möchte wieder den kontakt zu dir haben diese situation wird wieder eine rolle in deinem leben spielen und das ist hier positiv